Allein in Aleppo sind durch den Bombenterror in diesem Jahr mehr als 2000 Menschen ums Leben gekommen, viele davon Kinder. Bei uns ist irgendwann der Entschluss gereift, was kann ich als Einzelner tun? Es ist ganz einfach und trotzdem tut es keiner. Bei den Flüchtlingen geht es um Leben und Tod, ganz einfach. Bei uns geht es darum, ein bisschen von unserem Wohlstand abzugeben, im schlimmsten Fall viel von unserem Wohlstand abzugeben. Scheredin aus Syrien lebt seit 17 Jahren in Berlin. Das Tempelhofer Feld ist sein Lieblingsplatz. Es ist so friedlich hier. Seit dem Ausbruch des Bürgerkrieges in seiner alten Heimat ist er krank vor Sorge um seine Eltern. Sie leben im kurdischen Teil Syriens, bedroht von der Gewalt des IS. Zu alt, um aus eigener Kraft zu fliehen. ISIS ist da und ab 18 Uhr kann man nicht mehr rausgehen, kein Strom, kein Wasser. Und die haben immer Angst, immer gelebt, genau. Und das war eine schreckliche Situation. Und es sind ältere Leute, die können auch nichts machen. Die können auch nicht fliehen, wenn was passiert. Es gibt einen einzigen legalen Weg, Verwandte aus Syrien nach Deutschland zu holen. Per Verpflichtungserklärung. Ein Bürger muss alle Kosten tragen. Ein Leben lang. Scheredin selbst hat nicht genug Geld. Ich bin einfach immer morgen aufgestanden und habe ich mir Leute auf der Straße gefragt. Habe ich auch Busfahrer gefragt. Ich habe ihm so eine Info gegeben, was bedeutet Verpflichtungserklärung. Das habe ich immer in meinem Rucksack gehabt, weil ich wollte, wenn ich Leute frage, ich wollte immer den auch gleich geben. Dies ist eine Geschichte von Zusammenhalt und Mut. Von Menschen, die Syrer retten wollen, für die eine Flucht aus eigener Kraft unmöglich ist. Der eine hat eine Werbeagentur in Berlin, der andere ein Arzt aus Hamburg. Zwei, die Großes wagen, um Gutes zu tun. Die Geschichte beginnt in Hamburg. Susanne ist seit drei Jahren in Deutschland, geflohen vor dem Krieg in Syrien. Sie hat Asyl, will Krankenschwester werden. Ihr Bruder Bashar ist noch in Damaskus. Ihm droht der Zwangseinzug ins Militär. Um ihn und seine Familie rauszuholen, braucht Susanne jemanden, der bereit ist zu bürgen. Sie wendet sich an eine Kirchengemeinde, setzt Hoffnung auf diesen Pastor. Er ist bekannt dafür, dass er sich für Flüchtlinge engagiert. Um ihr zu helfen, müsste er alle Kosten, bis auf die Krankenversicherung, für Susannes Bruder übernehmen. Unbegrenzt lange. Wenn das Ende offen ist, dann ist es für mich einfach auch unmöglich, auch zu sagen, unterschreibt die Verpflichtungserklärung, weil die Folgen einfach zu weitreichend sind. Fotos von Bashar. Nicht nur das Regime bedroht ihn. Die Islamisten der Al-Nusra-Front haben Bashar entführt und gefoltert. Doch er kommt frei. Von Helfern, die ihn retten wollen, verlangt die Bundesregierung fast Unmögliches. Es ist für mich total schockierend, den Staat so erleben zu müssen. Ein Staat, der Menschen es fast unmöglich macht, zu helfen. Ein Staat, der die Verantwortung für die Menschen einfach den Privatleuten auf die Privatleute abschiebt. Und gleichzeitig immer mehr bürokratische Hürden den Menschen bei ihrer Hilfe auferlegt. Susann gibt nicht auf. Der Pastor hilft ihr, einen Brief ihres Bruders Bashar zu verteilen. Der Brief erreicht den Arzt Thomas Dreyer. Es ist eine furchtbare Geschichte, in der er zeigt, wie er schreibt, wie er misshandelt worden ist. Und wie er auch immer wieder schreibt, wie Drohungen gegen seine Familie und seine Kinder immer wieder ausgesprochen wurden. Also die Kinder wurden auf dem Schulweg nach Hause abgefangen von Terroristen. Und dann hat er das eben alles geschrieben und hat gesagt, habt Erbarmen mit uns. Ja, und das ist etwas, was dann, glaube ich, einen zwingt, was zu tun. Erbarmen mit einem Fremden. Auf seinem Weg zur Arbeit denkt Thomas Dreyer immer wieder über Bashars Schicksal nach. Er ist wütend auf die Bundesregierung. Dass Menschen sterben müssen, weil ihnen die richtigen Papiere fehlen, will ihm nicht in den Kopf. Er will als Arzt Leben retten. Der Politik wirft er unterlassene Hilfeleistung vor. Mitten in einer humanitären Katastrophe. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich mich da hinstelle zwischen die Schwerverletzten und erstmal frage, wer privatversichert ist, wer gar nicht versichert ist oder wer kasselversichert ist. Und die wenigen, um die ich mich dann kümmere, die dann exquisit versorge und alle anderen eben nicht. Das wäre ungefähr die Analogie. Dafür würde ich als Arzt meine Approbation verlieren. Thomas Dreyer holt seine Frau, ebenfalls Ärztin, und seinen Vater mit ins Boot. Sie unterschreiben die Verpflichtungserklärung. Eine Entscheidung für ein Leben. Und ein Schritt, der auch Doppelverdiener wie sie schwer belasten könnte. Was, wenn Bashar keinen Job findet und sie ein Leben lang zahlen müssen? Ich habe mir dann die andere Frage gestellt. Ich habe mich gefragt, was machen unsere Kinder, die all das auch sehen, was machen die mit uns in zehn Jahren, wenn sie uns fragen, warum habt ihr nicht? Das ist ja das, was unsere Eltern, ihre Großeltern gefragt haben. Das ist das, was 68 war. Die Menschen haben gefragt. Die Menschen haben aber nicht gefragt, wo ist unser Geld, sondern die haben gefragt, was habt ihr getan und was habt ihr unterlassen. In Berlin. Martin Keunel steht vor einer ähnlichen Entscheidung. Das Schicksal der Menschen in Syrien, die nicht aus eigener Kraft nach Europa kommen können, beschäftigt ihn. Er will helfen. Doch wie? Zufällig trifft er den Syrer Schereddin, der Angst um seine alten Eltern hat. Schereddin bittet ihn um Hilfe. Martin Keunel hat eine Werbeagentur. Aber auch für ihn wäre eine Bürgschaft ein hohes Risiko. Kann er es eingehen? Für völlig Fremde? Wenn man die Leute dann kennenlernt, dann geht es eben gar nicht mehr um syrische Flüchtlinge, sondern es geht um die Eltern von Schereddin. Und dann bekommt es was Persönliches und so ein Handeln für Freunde. Und es kommt noch ein weiterer Grund dazu. In den letzten zwei Jahren gute Freunde verloren an Krebs und in jungen Lebensjahren. Und dieses Gefühl von Machtlosigkeit, da gar nichts machen zu können, um das zu ändern, das hat mich furchtbar fertig gemacht. Und hier ist eine Situation, wo Menschen eigentlich auch mit dem Tod bedroht sind. Aber es gibt eine Option, was zu machen. Und das hat für mich was sehr Befreiendes, zu sagen, da kann ich die Hand nehmen und kann die festhalten und nicht loslassen. Und das funktioniert. Das Berliner Ausländeramt. Ein paar Monate nach ihrer ersten Begegnung will Martin Keune hier die Unterschrift leisten, die das Leben von Schereddins Eltern retten wird. Mein Anwalt hat mir abgeraten, ich habe es lange in der Familie auch diskutiert, natürlich diese Verpflichtungserklärung gilt nach Auffassung der Berliner Ausländerbehörde lebenslänglich. Das heißt, ich kann die nicht widerrufen, ich kann da nichts rückgängig machen oder so, ich unterschreibe, dann reißen die ein. Und für alles, was dann passiert, bin ich finanziell verantwortlich im Zweifelsfall. Er macht es trotzdem. Eine Unterschrift mit Folgen. Ab jetzt trägt Martin Keune das volle Risiko. Das ist die Verpflichtungserklärung für Schereddins Eltern, Badajan und Haji. Sprechen Sie das richtig aus? Geboren 1929. Ich bin 1934 geboren, leben in Al-Khameshli, im Norden Syriens, im Kurdengebiet. Aber nicht mehr lang hoffen wir, damit werden wir sie rausholen. In 17 Jahren, ich war nur einmal, habe ich meine Eltern gesehen. Und jetzt kommen die langsam, dann bleiben die auch bei mir. Noch bis Ende des Jahres läuft in Berlin dieses Aufnahmeprogramm für Syrer. In anderen Bundesländern ist es schon gestoppt. Obwohl die Hürden für diese Hilfe schon hoch genug sind. Werden Mauern hochgezogen, versteckt man sich hinter Vorschriften, hinter Stapeln, Bergen von Papier. Und sagt, ja, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr aber das und das und das und das. Ich muss ja pro Verpflichtungsnehmer, muss ich ja 2160 Euro Nettoeinkommen nachweisen. Also muss ich jetzt nachweisen, dass ich 4320 Netto verdiene, um diese Erklärung abgeben zu können. Über Jahre zurück, über Jahre in die Zukunft nachweisen, dass ich dazu in der Lage sein werde. Und da werden einfach so Barrieren aufgestellt, um eigentlich die Leute nicht reinzulassen. Sogar wenn der Flüchtling Asyl bekommt, muss der Verpflichtungsgeber weiter zahlen. Der Bund mit Innenminister de Maizière gibt diese harte Linie vor. Viele Länder wie Hamburg und Berlin setzen sie eins zu eins um. Warum macht es die Politik den Helfern so schwer? Regeln sind dazu da, dass sie befolgt werden. Und wenn man auf einem solchen Kanal Menschen hierher holt, ohne dass sie den Weg gehen, den anderen gehen, dann muss man sich auch diesen Regularien unterwerfen. Das ist der Weg, den die anderen gehen müssen. Er ist lebensgefährlich. Im Schlepperboot übers Mittelmeer. Oder irgendwie vorbei am NATO-Draht. Eine Tortur. Europa schottet sich ab. Wir sehen ja, dass viele Syrer und auch viele syrische Familien über diverse Wege nach Europa kommen. Und ich glaube auch nicht, dass man das so ohne weiteres wird stoppen können. Der Mann betreibt Flüchtlingspolitik wie Schädlingsbekämpfung. Das klang für mich so, als ob er von Kakerlaken spricht, die trotzdem immer noch ein Loch im Küchenfußboden finden, um in seine blitzblanke deutsche Küche einzudringen. Vor diesem Amt in Berlin, dem LaGeso, gibt es seit dem Sommer nicht mal ein Minimum an Versorgung. Flüchtlinge übernachten unter freiem Himmel. Für Martin Keune ein Beweis für das Versagen der Politik. Er rettet Leben auf eigene Kosten. Aber selbst das wird den Helfern schwer gemacht. Noch ist nicht klar, ob das Aufnahmeprogramm per Verpflichtungserklärung für Syrer verlängert wird. Wenn die Behörden selbst nicht in der Lage sind, hier eine Lösung zu finden, dass sie dann gleichzeitig noch Bürger behindern, die sagen, wir nehmen das in unsere eigene Hand. Das ist nicht gewollt, dass die Bürger die unterstützen. Ich frage mich, was ist gewollt? Und ihr müsst jetzt hier warten und warten. Wie bist du hergekommen? Mit dem Schiff? Das war sehr gefährlich. Das kleine Boot ist gekentert und ich musste schwimmen. Dabei habe ich meinen Rucksack mit all meinen Sachen drin verloren. Ein hoch riskanter Weg, den Helfer wie Martin Keune ihren Schützlingen ersparen wollen. Zurück in Hamburg. Zu Gast bei der Syrerin Susann und ihren Eltern. Die Unterschrift der Dreiers ermöglicht ihrem Bruder Bashar die Flucht aus Syrien. Auf dem sicheren Weg, per Flug. Ein Visum ins Leben. Meine Mutter sagt, danke schön, wir freuen auf euch. Und wenn wir können etwas mit euch helfen, wir machen das auch gerne. Da freuen wir uns auch. Das wird kommen, das wird irgendwann passieren. Jetzt meldet sich Bashar aus der Türkei, wo er auf seine Papiere wartet. Thomas Dreyer hört zum ersten Mal Bashars Stimme. Mein Bruder hat gesagt, ich vergesse diesen Tag nicht, weil ich komme und grüße dich. Er vergesst auch das nicht. Danke. Und wir vergessen deine Familie nicht. Hier in Istanbul ist er vorläufig untergekommen. Der Mann, für den der Arzt aus Hamburg bürgt. Bashar gelang die Flucht mit seiner Frau und seinen fünf Kindern. Nun hofft er auf eine Weiterreise nach Deutschland. Dank der Unterschrift der Dreiers aus Hamburg. In der Türkei fühlen sie sich nicht sicher, denn gerade als kurdische Syrer sind sie hier nicht willkommen. Zumindest sind sie nicht mehr unmittelbar bedroht von Assads Schergen und den Extremisten. Nach meiner Entführung habe ich die Kinder keinen Moment mehr aus den Augen gelassen. Ich bin nicht mehr zur Tür gegangen, wenn es geklopft hat. Wie viel Angst ich hatte, habe ich versucht vor ihnen zu verstecken. Die Bomben und Schüsse, die sie täglich hörten, waren schlimm genug. Dass jetzt Fremde aus Deutschland ihm helfen, kann er kaum fassen. Christen retten mich, obwohl ich Muslim bin. Daran sieht man, was wahre Menschlichkeit ist. Sie sind barmherzig zu mir. Das werde ich nie vergessen. Ich will alles dafür tun, ein guter Bürger zu werden, um sie nicht zu enttäuschen. Das Visum für Deutschland ist ihre einzige Chance. Seine Frau ist wieder schwanger. Bashar kann nicht richtig gehen, seit er gefoltert wurde. Eine Flucht übers Mittelmeer mit fünf Jahren. Wie so vielen anderen syrischen Flüchtlingen auf den Straßen der Türkei. Sie gelten als Gäste auf Zeit. Es gibt keinerlei Unterstützung. Sie finden nur schwere Arbeit. Auf dem Weg zur deutschen Botschaft in Ankara. Bashar will sein Visum beantragen. Er ist nervös. Wie viel gilt die Verpflichtungserklärung wirklich? Wird sich seine Hoffnung erfüllen? Nach Stunden endlich die Bestätigung. Es ist alles gut gegangen. In einer Woche kann er sein Visum abholen. Ich bin erleichtert, aber gleichzeitig auch sehr traurig. Ich bekomme das Visum, aber der Abschied von meiner Familie tut mir jetzt schon weh. Dass es keine andere Lösung gibt, als alleine vorzugehen, zerreißt ihn fast. Wieder in Hamburg. Thomas Dreyer fährt zum Flughafen, wo Bashar gleich landen wird. Das ist für mich so ein tolles Erlebnis. Das ist unbezahlbar für mich. Wenn so etwas gelingt, diese Hoffnung und dann am Ende, dass man so etwas tatsächlich schafft. Also das ist für mich ein Riesengeschenk. Und dann endlich das Wiedersehen mit Eltern und Schwestern. Auch er ist gerührt. Der Vater von Thomas Dreyer. Herzlich Willkommen in Deutschland. Willkommen. Ein Erinnerungsfoto. Bashar und seine deutschen Retter. Sie fahren zu einem Begrüßungsfest, das alle zusammen organisiert haben. Bashars erster Eindruck von Deutschland. Grüne Bäume, nette Menschen, ein gedeckter Tisch. Der ist überwältigt. Seit Tagen habe ich nicht mehr geschlafen, weil ich so nervös war. Ich war sechs Stunden vor Abflug am Flughafen, aus Angst, den Flug zu verpassen. Jetzt freue ich mich, dass ich hier bin. Wer hätte das vor drei Monaten gedacht? Thomas Dreyers Vater hat die Verpflichtungserklärung mit unterschrieben. Er hat selbst einen Krieg erlebt. Ich bin in meinem Leben oft gerettet worden. Und nun bin ich am Ende meines Lebens. Und es ist ja so, wenn man 88 ist, kann man sagen, so viel kommt da nicht mehr an Zeit. Aber nun kann ich am Ende meines Lebens mich nochmal revanchieren. Und es ist schön. Dreyers hoffen auf viele Nachahmer. Um nicht allein zu stehen, haben sie jetzt einen Verein gegründet. Sein Name, Herberge für Menschen auf der Flucht. Am nächsten Tag. Dreyers bürgen nicht nur für Bashar, sie beherbergen ihn auch. Das ist geschafft. Ja. Und freuen sich schon darauf, ihm sein Zimmer zu zeigen. Bashar, so. So, da kannst du wohnen. Danke schön. Ja. Ja, hier hast du einen Schrank. Provisorium, erstmal, ne? Erstmal nur. So tolle Menschen wie die Dreyers, das gibt's nicht nochmal. Ursprünglich hieß es immer, der Staat soll machen, die Flüchtlinge, die Regierung muss das machen. Und es häufen sich jetzt doch die Stimmen, wo sie sagen, ich hab einen aufgenommen. Und wir können das auch hier bei uns machen. Und es langsam beginnt, die Gesellschaft zu begreifen, dass das eine Aufgabe ist, die jeder mit dem Herzen selber lösen muss. Bashar ist in Sicherheit. Doch bis seine Familie nachkommen darf, kann es dauern. Thomas Dreyer hofft und betet für Bashars Familie. Auch für sie fühlt er sich verantwortlich. Ich glaube, dass wir, wenn wir fremden Menschen begegnen, die unsere Hilfe brauchen, dass wir Jesus begegnen. Und das ist der Grund, warum ich als Christ glaube, auf diese Weise meinen Gott finden zu können. In Berlin läuft die Rettungsaktion noch. Auch Martin Keune hat Mitstreiter gefunden. Gemeinsam mit ihnen hat er einen Verein gegründet, die Flüchtlingspaten Syrien. Die Idee, das finanzielle Risiko der Verpflichtungserklärung auf viele Schultern verteilen. Mit regelmäßigen Spenden, ab 10 Euro monatlich, kann man mitmachen und die Verpflichtungsgeber entlasten. Ein Ladenlokal wird zum Treffpunkt. Die Flüchtlingspaten wollen die Syrer nicht nur herholen, sie kümmern sich auch darum, dass sie hier schnell Fuss fassen. Sie begleiten Behördengänge, sammeln Sachspenden und geben Deutschunterricht. Ich, wie heißt du? Genau, das ist die Frage. Und ich antworte. Viertel nach sieben. Sieben ist dann so. Und dann? Unterdessen im türkischen Izmir. Sheridins Vater auf dem Weg zur deutschen Botschaft. Mit Martin Koines Unterschrift konnten er und seine Frau Syrien verlassen. Er ist sehr angespannt. Dann der erlösende Moment. Die Visa für ihn und seine Frau sind da. Schon am nächsten Tag kann es nach Deutschland weitergehen. Der erste Schritt in ein neues Leben nach Monaten der Angst. Wir haben nicht mehr geschlafen. Wir konnten nicht mehr rausgehen, weil wir vor den Bomben Angst hatten. Die IS-Kämpfer haben geplündert, geraubt, getötet. Wir konnten uns nicht wehren und mussten wegschauen. Wer eingegriffen hat, war schnell selber tot. Wir wollen nach Deutschland, ohne Krieg leben. Es wird hart, es ist ein fremdes Land. Wir werden unsere Heimat vermissen, aber dafür können wir dort ohne Angst leben. Aufbruch in der Mordendämmerung. Zwei alte Bäume, die mit Gewalt entwurzelt wurden. Lange haben sie sich dagegen gewehrt, die Heimat zu verlassen, bis es nicht mehr anders ging. Immerhin, diese beiden Alten müssen nicht per Schlepperboot übers Mittelmeer. Zum ersten Mal im Flugzeug, auf dem Weg nach Berlin. Hier wartet schon ihr Retter Martin Keune auf sie. Vor drei Monaten hat er die Verpflichtungserklärung unterschrieben. Jetzt kommen diese Menschen, die er noch nie gesehen hat. Ich bin unter anderem auch glücklich, dass es funktioniert, dass es geht, dass es diese kleine Lücke noch gibt. Ich habe Angst, dass das Programm in Berlin Ende des Jahres nicht verlängert wird, dass wir dann niemanden mehr rausholen können aus dem Krieg in Syrien. Aber diese beiden, die werden da sein und die gehen auch nicht mehr zurück. Die sind in Sicherheit hier, denen passiert nichts mehr. Hey! Hallo, hallo, hallo! Sag mal, dass ihr das noch schafft. Ja, mit Schwierigkeiten natürlich. Erstmal die Reignore und die Badekran. Mein Vater, ja. Hey! Das ist Rasi. Hallo, hallo! Hallo! Mensch, ihr seid lang geflogen jetzt. Da sind wir. Hallo! 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 Opa und Oma sehen einige ihrer Enkelkinder in Deutschland zum ersten Mal. Martin Keunel befüllt den Kühlschrank für sie. Asyl im deutschen Wohnzimmer. Dieses Sofa ist, wie alle anderen Möbel, gespendet. Ich bin ein Schlepper, ja. Ein Möbelschlepper. Das ja. Er kommt! Ein Kissen fehlt noch. Enkel Kühlschrank hilft auch mit, die Wohnung für seine Großeltern einzurichten. Die Flüchtlingsparten haben diese Wohnung besorgt und zahlen auch die Miete. Sheridins Eltern fühlen sich hier wohl. Vor 20 Tagen sind wir angekommen und haben noch keine Schießerei gehört hier in Berlin. In Syrien wurde täglich geschossen. Badachan und Khaji wären in Syrien zurückgeblieben, wenn wir die nicht geholt hätten. Und deswegen ist es gerade eine Aufgabe, die Frauen mit den Kindern, die Kranken, die Alten irgendwie trotzdem noch daraus zu retten. Und das versuchen wir. Europas Grenzen töten. Doch diese Rettung hat geklappt. Gemeinsam mit Martin Keune hilft Sheridin seinen Eltern in Berlin heimisch zu werden. Sie erkunden zusammen das Viertel. Und während Politiker debattieren, wie man Flüchtlinge davon abhält, nach Deutschland zu kommen, kaufen diese drei heute ein für ein großes Willkommensfest, um die Ankunft der Syrer in Berlin zu feiern. Leben retten per Bürgschaft. Das kann ein Einzelner kaum schaffen. Aber zusammen geht es. In Hamburg wie in Berlin. Aus einer scheinbar verrückten Aktion von wenigen ist jetzt schon eine kleine Bewegung geworden. Bis zum Ende des Jahres werden die Flüchtlingspaten schon über 60 Leute geholt haben. Über 1000 Spender unterstützen den Verein mittlerweile monatlich. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Die Flüchtlingspaten wollen weitermachen. Leben retten auf eigene Kosten. Solange das noch geht. Das ist Guys, die Flüchtlinge davon. Jeine Cozy. Hm. Sch principe. Wof. Schl님�linge. bow esempio. Sch sj es. zusammen.